Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Das ist inzwischen schon die 60. Ausgabe im Jahr 2019, die jetzt ja quasi unter diesem neuen Filmformat läuft. Diesem Format, wo ich inzwischen fast 30 Leute zusammengetrommelt habe, mit denen ich zusammen so ziemlich jeden Kinostart in Deutschland bespreche. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben da ein Team, das hat wirklich Ahnung und vor allem hat es wirklich Bock. Da sind so viele Leute dabei, die über 1000 Themen was erzählen können. Da sind Musiker dabei, da sind Leute dabei, die einfach nur über Musik schreiben können. Da sind Comic-Künstler dabei, da sind Filmfans durch und durch dabei und ich sage euch, es macht einen Riesenspaß, mit den Mädels und Jungs zusammenzuarbeiten. Und auch jetzt kann ich euch wieder drei Filmkritiken präsentieren, die es in sich haben. Zum einen werden wir hier beginnen mit dem Film Once Again. Hier habe ich zusammen mit dem Max über eben diesen Film gesprochen, den ich zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht gesehen hatte. Nein, aber der Max hat ihn für uns geschaut und ich habe ihn quasi dazu interviewt. Das war, glaube ich, sogar sein allererster Aufnahme bei uns beim Tele-Stammtisch. Und insofern ist hier auch die Vorstellungsrunde von ihm mit dabei. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Klasse Deutsch. Klasse Deutsch hat für uns die Lara besprochen. Das ist ein Dokumentationsfilm, von dem ich gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Aber sie hat hier einen genauen Blick riskiert und wird uns nun erzählen, wie ihr der Film gefallen hat. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung des Films Ballon. Ballon haben sich Doe und Pascal vorgenommen. Und da ist es so, dass Ballon echt schon vor einiger Zeit rausgekommen ist, eigentlich auch schon für den Heimkinomarkt vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und aufgrund von personellen Veränderungen, die wir hatten, hat die Besprechung einfach wahnsinnig lang gedauert. Das tut mir an der Stelle auch total leid, aber natürlich kommt sie trotzdem. Aber eben mit einer deutlichen Verspätung, aber hey, was soll's. Ihr könnt euch eben jetzt drauf freuen, von uns bzw. von Pascal und Dominik hier ein bisschen was zu dem Film zu hören. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload seid ihr herzlich eingeladen mit uns über Filme und Filmkritiken. Und hast du nicht gesehen, um zu plaudern, meldet euch einfach mal. Gebenenfalls kriegen wir es sogar auf die Reihe, dass ihr mal mit dabei seid, hier bei den Besprechungen. Nun also viel Spaß mit den drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Once Again, der mit einer Laufzeit von 1 Stunde 41 am 18. April 2019 in die deutschen Kinos kommt. Das ist ein Film, der kommt wohl aus Indien, aber irgendwie auch aus Deutschland und vielleicht auch ein bisschen aus Österreich. So ganz verstanden habe ich das noch nicht, aber wir werden da auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und das mache ich nicht alleine, denn ich habe den Film überhaupt nicht gesehen. Ich habe mir jemanden mit ins Boot geholt, der uns jetzt ganz aktuell beim Tele-Stammtisch mit unterstützen wird. Es scheint, als hätte er echt Lust, mit uns über Filme zu plaudern und genauso soll es sein. In diesem Zusammenhang auch nochmal für euch der Hinweis. Wer Lust hat, sich mit uns über Filme zu unterhalten, vorab Kinofilme sehen möchte, die irgendwann ins Kino kommen und auch Bock hat sich so ein bisschen, sag ich mal, Indie-Filme anzugucken, Dokus anzugucken und nicht nur die großen Blockbuster, der kann sich auf jeden Fall mal bei uns melden. Da gibt es immer Möglichkeiten, falls ihr diese großen Blockbuster aber zum Beispiel auch gesehen habt, beispielsweise in einer Sneak-Preview, dann könnt ihr euch auch mal bei uns melden, denn es gibt immer Möglichkeiten, bei uns an Filmbesprechungen teilzunehmen, da über Sachen zu quatschen und im Regelfall tut es nicht weh und ist ganz spannend. Nun begrüße ich aber erstmal jemanden bei uns in der Runde, von dem ich glaube, er ist Akademiker und er hat den Andi, den wir hier auch kennen, der für uns schon wahnsinnig viele Filme besprochen hat, anscheinend in irgendeiner Form auch während des Studiums betreut. Da können wir vielleicht nochmal gucken, was dabei rauskommt und wer eigentlich so genau ist. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Max, grüße dich. Hallo Max, habe ich das richtig erzählt? Du hattest irgendwas mit dem Andi zu tun? Ja, Andi hat bei mir studiert und hat einen ziemlich coolen Stop-Motion-Trickfilm bei mir als Diplomarbeit gemacht. Ja, und ich habe ihn neulich getroffen und hat gesagt, hey, ich mache da was mit Filmkritik, ob ich Lust hätte und dann habe ich gesagt, jo, das probieren wir aus. Bist du jemand, der auch privat regelmäßig Filme schaut, auch mal Sachen, die vielleicht jetzt nicht die großen Namen und großen Titel haben? Ja, eher schon. Also mich interessiert eigentlich eher so Arthouse-Sachen viel mehr, weil die glatt gelutschten Blockbuster, also da lasse ich immer Vor-Buster hin und wenn die sagen, Max, der ist echt gut, dann schaue ich ihn mir trotzdem an. Also es gibt geile Blockbuster, aber ich mag schon eher auch so das Experimentelle. Wie seid ihr eigentlich in München mit so Arthouse und kleinen Kinos bestückt? Gibt es da eine gewisse Auswahl oder werden das auch immer weniger? Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier so fünf Programmkinos und im Umland lustigerweise auch mehr. Also im Umland gibt es eigentlich wirklich coole Kinobetreiber, die echt eine schöne Auswahl haben. Und dann haben wir halt noch bis letztes Jahr drei Open-Air-Kino-Varianten gehabt im Viehhof und an dem See und da ist die Auswahl auch nicht unbedingt Blockbusterig, sondern da werden schon so die handverlesen Filme gezeigt. Ja, cool. Also das ist ja ganz nett, wenn man wirklich überhaupt die Möglichkeit hat, sich Sachen anzugucken. Und da findet man dich dann manchmal auch vor Ort oder guckst du lieber zu Hause? Also lieber vor Ort, weil ich schaue mir auch gerne an, wie die Leute darauf reagieren, aber zur Not auch gerne zu Hause. Okay. Ja, schön. Ist ja auch eine Erfahrung. Ich sage immer, die Arthouse-Kinos, die es alle beschweren, dass die Streaming-Anbieter jetzt plötzlich auftauchen, machen den Fehler, ihre Filme zu wenig als Event zu verkaufen. Also gerade gibt es ja wirklich, es gibt ja immer schon ganz viele tolle Kinotouren auch, von denen ich der Meinung bin, das ist ein super Ansatz, um kleine Filme auch ein bisschen zu unterstützen, wenn da plötzlich der Regisseur mit im Raum sitzt oder eben Schauspieler oder so. Ich finde, das sind Möglichkeiten, die sollten die kleinen Kinos noch viel, viel häufiger und viel, viel größer nutzen, doch auch größer auffahren oder auch, dass man in so einem Programmkino dann eben jetzt nicht nur Popcorn und Cola trinken kann, sondern eben da vielleicht auch Sachen geboten werden, die da noch ein bisschen drüber hinausgehen. Also ich bin da generell mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Programmkino. Aber das wollen wir hier heute gar nicht großartig besprechen. Denn wir werden heute über den Film sprechen, den du dir für uns angeschaut hast. Ja. Jetzt auch schon deutlich vorab, man kann sagen, dass wir ja locker einen Monat vor Kinoveröffentlichung dieser Aufzeichnung hier machen, zum Film Once Again. Jo. Hattest du dir von Once Again vorher den Trailer angeschaut? Ja, habe ich gemacht, weil du hast mir eine Liste geschickt, was gerade noch zu bewerten sei. Und dann dachte ich, ja, nee, der Trailer schaut ganz gut aus und den schaust du dir mal an, definitiv. Ja. Also ich habe einen Trailer gesehen und ich würde mal fast sagen, der Trailer hält auch im Groben das, was der Film dann verspricht. Es gibt ja auch Trailers, wo du dann im Kino bist und sagst, okay, ist nicht so, wie ich die Erwartungen hatte. Aber sagen wir mal so, der Film erfüllt die Erwartungen, die im Trailer geweckt werden. Welche sind das denn? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Handlung und das Setting des Films mal erläutern. Ja, okay, also es ist, sage ich jetzt mal, ein Klassiker. Also es ist ein alleinstehender Mann mit einer Tochter und eine alleinstehende Frau mit einem Sohn, also vollkommen austariert, die seit gefühltermaßen ein Jahr miteinander korrespondieren, weil sie ist Köchin und der ist Starschauspieler. Also insoweit das indische Kastengefälle ist auf jeden Fall garantiert. Ja, das erste echte Treffen steht bevor, weil sie bis dato nur telefoniert haben und das ist natürlich immer der Klassiker. Also jeder hat so eine weiße Landkarte in seinem Kopf über die andere Person und es ist natürlich spannend, was passiert, wenn sie sich wirklich treffen. Ist das denn jetzt einfach nur ein Liebesfilm, der vielleicht ein bisschen so einen kulturellen Einschlag hat, den man jetzt hier nicht so oft sieht oder ist es mehr? Ja, du hattest jetzt schon das Kastensystem angesprochen. Ist da irgendwie auch eine Sozialkritik drin? Kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen. Es ist eigentlich schon so Pretty Woman mäßig, also jetzt nicht so kitschig. Du kriegst natürlich als Zentraleuropäer durchaus Einblicke, wie die Leute halt so leben, aber jetzt auch nicht so krass wie in anderen Filmen. Ich meine, was jetzt gar nicht mehr erklärt wird in dem Film, ist, dass halt allein diese Köche, die eben halt ein Drei-Gänge-Menü kochen und das bis zu 80 Kilometer innerhalb der Stadt mit 100.000 Radkurieren bis zum Konsumenten gebracht wird. Das wird auch nicht großartig erklärt, dass es dort halt so ist. Das wird vorausgesetzt. Also nee, aber ansonsten würde ich sagen, Sozialkritik kann ich nicht erkennen. Also zumindest nicht mit einer zentraleuropäischen Sicht. Mag sein, dass die Inder sagen, wow, das ist aber sehr dezent kritisiert oder dargestellt. Okay. Offensichtlich ist es nicht. Muss es ja auch nicht zwangsläufig. Nicht jeder Film muss da auch so total deep sein. Manchmal darf es auch einfach ein bisschen nette Berieselung sein. Genau, wir haben hier also einen Film von dem Regisseur namens Kanwal Sethi. Kanwal Sethi kenne ich jetzt tatsächlich nicht, habe auch nie behauptet, alles zu kennen. Aber der junge Mann ist wohl auch schon im Film, mit dem Film Fernes Land, hat er wohl schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Film, irgendwie geht es ja wohl um einen pakistanischen Friseur, der wohl illegal in Deutschland eingewandert ist. Keine Ahnung, Details kenne ich jetzt an der Stelle nicht. Aber er hat auch, wie gesagt, schon einen oder anderen Film gemacht. Vor allem Dokus sehe ich hier gerade, sind wohl anscheinend auch so ein Ding gewesen. Wahrscheinlich sollten wir uns einfach mal kurz auf den Cast stürzen. Die beiden Figuren, die da natürlich im Zentrum stehen, hast du also von einem Pärchen gesprochen. Wenn ich das richtig sehe, ist sie die Tara, als Shefali Shetty. Genau, sie ist die Tara und sie ist eben die Köchin. Und sie wohnt irgendwie 80 Kilometer entfernt von Mumbai. Und das ist einfach, also vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen beschreiben, was ist das für eine Person, wie alt ist die? Hat die ein Hobby, kennen wir die überhaupt kennen oder passt die einfach in eine große Schublade? Nee, also die Alters werden nicht genannt, aber ich würde mal sagen so um die 50. Und sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, hat alles im Griff, hat eine Küche, hat auch ein Restaurant, ist eigentlich fest im Sattel. Aber sie schweigt ihrer Tochter gegenüber auch aus, dass sie eben seit einem Dreivierteljahr mit einem sehr prominenten Tänzer und Schauspieler sozusagen einen durchaus engen Telefonkontakt hat. Also das ist ihr irgendwie peinlich, das will sie der Familie auch nicht zumuten, sondern das will sie für sich selber so sortieren. Also eigentlich eine recht autarke, würde ich mal sagen, emanzipierte Frau. Das ist doch mal schön. Davon sehen wir gefühlt immer noch nicht genug. Wie sieht es aus mit dem Ammar? Der ist wohl der Typ? Also quasi der Love Interest, der zweite Hauptcharakter im Film. Wer ist das? Wie sieht der aus? Wie tickt der? Ja, also sehr hager, sehr, sag ich jetzt mal, sensibel, hat eine Tochter, die so ein bisschen Schwierigkeiten in ihrem jungen Erwachsenwerden ist, kümmert sich auch so ein bisschen drumherum. Aber erfüllt eigentlich auch schon etliche Klischees, die halt so einem Theater und Tanz da zugetragen werden. Also er hat einen Bodyguard beziehungsweise einen Fahrer, mit dem man nicht umgeht und hat halt ewig viel Geld und nimmt sich aber ganz viel Zeit, eben die Tara endlich mal kennenzulernen. Cool. Und geschippt die Chemie? Passt das? Ja, das ist eben das Spannende. Also ich meine, man kennt es ja auch sonst, wenn man irgendwie über Internetkontakte knüpft und sich das erst mal sieht. Also sie kennen sich von der Telefonstimme her, haben anscheinend auch ganz wichtige Sachen schon miteinander ausgetauscht, also inhaltlich. Und sind natürlich recht aufgeregt und dann doch auch ein bisschen gehemmt, wenn sich das erste Mal vor Augen treten. Mhm. Und du hattest mir ja vorab schon den einen oder anderen Satz dazu geschrieben, wie der Film auf dich gewirkt hatte. Ja. Und du hast vor allem auch einen Parallele gezogen zu Rosamunde-Pilcher-Filmen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Naja, klar, weil also irgendwie dieser unerreichbare Traummann sich sozusagen auch ein bisschen herabgibt, aber dann eben halt immer noch, sag ich jetzt mal, also die Geste des sich Herablassens bleibt bis zum Schluss erhalten, sag ich jetzt mal. Weil das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Und dann hat mich an, nicht, dass ich Pilcher-Fan bin, ich höre nur immer, wie Pilcher-Filme ablaufen, dass das halt einfach so eine ganz ungestörte Geschichte ist. Also jeder lebt in seiner Welt und sie finden sich toll und sie haben Angst davor, sich sozusagen näher zu kommen. Und das war es dann auch. Also es gibt jetzt keine kollateral, sag ich jetzt mal, Nebenschauplätze, wo irgendwelche düsteren Geheimnisse oder Besonderheiten der Menschen dargestellt werden. Sondern es geht einfach nur, finden die beiden sich ja oder nein? Okay. Ich habe das Gefühl, zu dem Film selbst kann man jetzt inhaltlich vielleicht gar nicht so viel sagen, weil er vielleicht ein bisschen seicht ist. Ist das ein Eindruck, den du so auch unterstreichen würdest oder bestätigen würdest? Ja, sagen wir mal so. Er ist seicht, aber er ist schön. Also er ist ein super Schauspieler. Es ist wirklich eine sehr gute Kamera, eine sehr gute Filmmusik. Ich würde mal fast vermuten, im Kontrast zu Bollywood ist es fast schon Dogma-Style. Also das heißt, es ist sehr reduziert. Es sind sehr stille Momente auch da. Es sind sehr viele Blicke. Es wird nicht so viel geredet. Also ich habe ihn schon genossen. Das auf jeden Fall. Aber er ist eine straight Story. Also man hat schon die richtige Vermutung, wie der Film ausgehen könnte. Alles klar. Gut, dann wird es vielleicht auch Zeit für unser Fazit, dass in dem Fall jetzt einzig und allein du geben kannst. Wir vergeben bei uns zum einen immer auch so Punkte zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe wäre und 5 das absolute Meisterwerk. Da würde ich dich bitten, also kurz ein Fazit zu ziehen mit ein paar Worten dazu. Warum? Und vielleicht kannst du auch noch eine Empfehlung für die Zielgruppe abgeben. Wem könnte der Film gefallen? Okay, also ich würde ihm eine 3 geben. Also er ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, aber auch nicht mehr. Ich würde als Zielgruppe sagen, ja, ich würde sagen, so Leute ab 40 könnten das auf jeden Fall sein. Durchaus auch Leute, die andere Kinofilme gesehen haben. Ich würde auch nicht sagen, dass der Film nur für Frauen oder hauptsächlich für Frauen ist, sondern man kann auch zu zweit reingehen. Also ich glaube, man hat da schon eine nette Geschichte gesehen, eine schöne Geschichte gesehen mit schönen Bildern, mit sehr, sehr guten Schauspielern, auf jeden Fall guter Kamera und ja auch Mut zum Langsamen. Also es ist auf jeden Fall nicht ein Film, der einen total mit Bildern zuklatscht oder mit Dialogen, sondern man hat Zeit zum Denken und Mitdenken. Also eher eine Empfehlung als sozusagen, den könnt ihr euch sparen. Ja, sehr schön. Das höre ich doch gern. 3 von 5 Punkten ist ja auch dem Grunde nach überdurchschnittlich. Also es ist schon auch eine gute Bewertung. Jo, dann würde ich sagen, haben wir es. Max, vielen, vielen Dank, dass du für uns den Film geschaut hast und dir heute ein bisschen Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir sind hier jetzt auch bei fast einer Viertelstunde. Das ist großartig, genau die richtige Länge und es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Andreas. Bis auf weiteres. Ciao. Hallo, hier ist die Lara. Wir reden heute über den Film Klasse Deutsch. Klasse Deutsch ist ein Dokumentarfilm, der von Florian Heinzer Ziob produziert wurde, der auch gleichzeitig die Regie geführt hat. Hinter diesem Film steht ein kleines Produktionsteam, das durch diverse Institutionen NRW gefördert wurde. Der Dokumentarfilm wurde von der Kritik positiv aufgenommen und hat in Lünen den Publikumspreis gewonnen. Der Film wurde an der Henry Ford Realschule in Köln gedreht und zeigt die Arbeit von Ute Veggio. Ute Veggio ist eine Klassenlehrerin für eine Klasse für Schüler, die nach Deutschland gekommen sind mit ihren Eltern, also Flüchtlingskinder, Migrationskinder und für die Deutsch hat nicht die Muttersprache ist. Und in dieser Klasse versucht Ute Veggio die Kinder fit zu machen für das deutsche Schulsystem innerhalb zwei Jahren. Also zwei Jahre hat sie Zeit, um diese Kinder fit zu machen. Und wir sehen, dieser Dokumentarfilm beschränkt sich wirklich darauf, dass er eigentlich nur dokumentiert. Er ist in schwarz-weiß gehalten, kommt mit fast keinem Soundtrack raus, außer Klaviermusik von Sebastian Bach am Anfang und am Ende, das auch unterliegt ist mit ein paar Schnittbildern von der Schule. Er zeigt eigentlich nur der Alltag dieser Klasse. Also er kommt ohne Kommentare, ohne Narration oder ähnliches aus. Es sind verschiedene Schüler stehen da im Vordergrund. Dann wäre er mal fertig. Fertig sollte eigentlich das Niveau einer achten Klasse haben. Doch er tut sich schwer in Mathe, er tut sich schwer in Englisch, er tut sich schwer in Deutsch. Eigentlich alles läuft nicht, er schwänzt öfters mal, er lernt nicht wirklich und er macht auch nicht wirklich Fortschritte. Seine Noten sehen dementsprechend aus. Ute Vecchio kann ihm keine Empfehlung für die achte Klasse geben, was ihn nur frustriert, weil eigentlich möchte er die Schule hinter sich bringen und eine Lehre anfangen. Und überhaupt, man kriegt sehr stark die Stadien seiner Demotivation mit. Wir haben aber auch andere Schüler, Külstein zum Beispiel, der Schüler, der schon am längsten in dieser Klasse ist. Und er ist der Klassenclone, er macht sich immer lustig, er nimmt Schule nicht so ernst, zwei Stunden nacheinander, immer wieder mal eine Ausrede, eine Lüge, wo war er denn? Und Ute Vecchio wird immer wie mehr wütend, resigniert irgendwo auch und erst am Ende ist eine leichte Lernkäufe zu sehen. Wir haben aber auch gute Beispiele, zum Beispiel Pravera, ein Mädchen aus Albanien, das versucht stetig weiterzulernen, obwohl sie in der regulären Klasse gemobbt wird. Und wir kriegen ihre Ruhen und echten Emotionen auch mit, wenn sie da sitzt. Und Ute Vecchio versucht zu erklären, was passiert und schluchzt und eigentlich nicht viel mehr aus Gestotter rauskriegt. Der Film zeigt einfach, wie diese Kinder leben. Er zeigt sie beim Schulfest, er folgt ihnen mal, er zeigt, wie ihre Interaktionen sind, wie sie versuchen zu lernen, wie sie Erfolge machen, wie sie aber auch Misserfolge haben. Er zeigt ihren ganz normalen Alltag über mehrere Wochen hinweg. Der Film ist in Schwarz-Weiß gehalten, was sicherlich eine künstliche Entscheidung von den Machern dahinter war. Ob das notwendig ist, sei dahingestellt. Es hilft natürlich, eine gewisse Stimmung zu transportieren, ist natürlich aber kritisch, wenn man es zu oft macht. Und in letzter Zeit wird sehr gerne wieder in die Schwarz-Weiß-Kiste gegriffen von den Filmmachern, weil es hat eine sehr, sehr klare Botschaft vermittelt. Wenn man die zu oft benutzt, dann wird diese Botschaft natürlich wässerig. Der Film hat einen großen Minuspunkt. Er hat sehr, sehr große Längen. Dazu kommt, dass die Audioqualität dieses Films leider wirklich zu wünschen übrig lässt. Natürlich hat man, wenn man in einer Schule filmt, das Problem, wie hat man, immer Hintergrundsgeräusche. Immer redet jemand, schreit jemand, läuft jemand, die Glocke klickelt, wie auch immer. Es ist ein sehr großes Hintergrund, es ist eine sehr große Hintergrundskulisse. Und die macht es teilweise schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diesen Dialogen wirklich zu folgen. Insbesondere, weil die Schüler eben nicht so gut Deutsch können und es dann einfach gestockter kommt. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr schade für diesen Film, weil das ist dann bei sehr, sehr langen Szeneneinstellungen, hat er dann wirklich echte Längen. Und das führt mich zu meiner Bewertung und die ist leider nicht so gut, wie das Publikum das angesehen hat. Ich möchte nicht sagen, dass dieser Film nicht zeigt, wie Ute Vecchio mit einer Menschlichkeit hinter ihr Arbeit steht. Wie sie versucht, streng zu sein, konsequent, weil sie wirklich will, dass diese Schüler halt weiterkommen. Weil sie auch sich nicht irgendwie Larifari da irgendwas machen will, sondern wirklich was erreichen will. Und sie auch stolz ist, wenn zum Beispiel Camilla ein Mädchen aufs Gymnasium wechseln darf. Aber es zeigt halt auch, aber der Film, der Film hat machtechnisch wirklich Schwächen. Er ist fast 90 Minuten lang, 88 Minuten. Und das ist dann halt einfach auch zu lang. Dann hätte man andere Einstellungen benutzen müssen. Also man hätte Interviews machen müssen, Hintergrundsinformationen, vielleicht Fragen vom Filmmacher anstatt ein reines Dokumentieren. Man hätte das auflockern müssen oder halt den krasseren Schritt gehen und diesen Film runterkürzen auf, sagen wir, 45 Minuten anstatt fast 90 Minuten. Das ist natürlich immer sehr schwer. Und das kann ich immer verstehen, man möchte ja auch ein größtmöglichstes breites Bild abbilden. Aber man muss sich dann auch immer fragen, wenn man diesem Film nicht mehr motiviert zugucken kann, weil man denkt, okay, jetzt verstehe ich schon wieder nichts und dieser Dialog zieht sich jetzt so lange schon hin. Und das ist einfach schade, weil dann ist die Konzentration weg und dann hat das Endbild auch eher negativ geprägt. Ich gebe diesem Dokumentarfilm 2,75 Punkte. Nicht, weil er eine schlechte Intention hat oder eine schlechte Idee war, aber machtechnisch wirklich seine Schwächen hat. Der Dokumentarfilm Klasse Deutsch wird am 16. Mai 2019 rauskommen, dauert 88 Minuten und wird vermutlich FSK Null haben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch. Ich bin der Dom und ich bin, oh Wunder, nicht alleine, das hier ist kein Singlecast, denn wir haben mal wieder Besuch von den Kollegen von Movie Break und zwar von Pascal von Movie Break. Hi! Hallo! Und wir besprechen zusammen den Film Ballon von Michael Bulli-Herbig. Oh weia! Oh weia? Oh weia! Oh weia! Sparnt dir schon Böses? Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch nicht genau, was du sagst, aber ich glaube, der arme Bulli. Okay. Hast du noch nicht meine Wertung gesehen? Nein, ich habe noch nichts gesehen. Und falls du was mir geschrieben haben solltest, habe ich es überlesen. Ne, ich habe gar nichts geschrieben. Also jedenfalls nicht davon, von allem, aber nicht davon. Okay, gut. Genau, kurze Eckdaten. Der Film ist ursprünglich vom 27. September letzten Jahres, kommt mit einer Laufzeit von zwei Stunden und fünf Minuten daher und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Seit dem 14. März ist das Ding auf Blu-ray erhältlich. Und ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt dann auch zum allerersten Mal gesehen. Also nicht im Kino. Ich weiß nicht, du hattest ihn nicht im Kino gesehen? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich hatte auch ein Rezensionsexemplar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie erfolgreich der jetzt hier im Kino war. Der war sehr erfolgreich. Ja? Okay, aber ist ja so eine, ja, Thematik ist halt wieder so, ne, die zweite Säule der ewigen Vergangenheitsbewältigung des deutschen Kinos. Ja, DDR. Pascal, ich erweise dir die Ehre, dass du uns den Plot erklärst. In aller Kürze. In aller, aller Kürze habe ich das jetzt raus. In aller, aller Kürze, ja. Also es geht um zwei Familien, die in Thüringen leben, zur Zeit der DDR und in den Westen fliehen möchten. Und dafür haben sie sich einen selbstgefertigten Heißluftballon zusammen montiert. Und die erste Flucht misslingt, weil der Ballon noch nicht ausgereift genug war. Und die zweite Flucht soll dann mit einem besseren Ballon, also mit einem ausgereifteren Ballon, mit einem technisch hochwertigeren Ballon gelingen. Aber die Stasi kriegt natürlich Wind von der Fluchtaktion und ist den beiden Familien auf den Fersen. Da es eine wahre Geschichte ist, kann ich sagen, hat geklappt. Spoiler. Die Flucht ist gelungen und in der Realität war die Stasi den Familien niemals auf der Schliche. Ja, ist schon großartig für die Fiktionalisierung des Ganzen, ne? Ja. Was man noch anmerken muss, dass, also das Ganze fand ja im Jahr 1979 statt. Genau, in Pösneck. Genau, und ganze drei Jahre später, betone ich auf Ganze, hatte sich Disney die Rechte an der Geschichte gekrallt und das Ganze verfilmt irgendwie im Wind nach Westen. Mit dem Wind nach Westen. Mit dem Wind nach Westen, genau. Mit John Hurt in der Hauptrolle. Mit John Hurt, der einer der großen deutschen Schauspieler ist. Ja, natürlich, der großen ostdeutschen Schauspieler vor allem. Ja, genau, dann können wir anfangen auf den Film einzugehen, würde ich sagen. Was wir noch zu den Eckdaten sagen können, in den Hauptrollen haben wir Friedrich Mücke, Caroline Schuch, David Kross und Alicia von Rittberg. Und als Stasi-Spitzel, beziehungsweise... Spitzel nicht. Ja, nee, Spitzel eigentlich nicht. Stasi-Offizier? Nee, keine Ahnung. Ja, Stasi-Typ halt. In der Rolle sehen wir jedenfalls Thomas Kretschmann. Ja, und Christian Nähte als sein Gehilfe. Genau, Thomas Kretschmann, muss man anmerken, spielt ja sonst eigentlich immer so die Nazi-Köpfe. Ob jetzt es in deutschen Produktionen ist oder in internationalen, wie zum Beispiel der Pianist oder auch Operation Walküre. Und hier, ja, spielt er im Prinzip dasselbe, nur von der Stasi. Ja, richtig. Und das Ironische ist, dass seine Beigehilfen so Mäntel tragen, die man eigentlich normalerweise eher von der Gestapo kennt. Das wäre so aufgefallen. So richtig klischeehafte Schwarzmäntel waren das. Ja, man kann auch sagen, dass Thomas Kretschmann, glaube ich, zu DDR-Zeiten auch selber geflüchtet ist. Okay, da wusste ich jetzt gar nichts von. Dass er deswegen die Rolle angenommen hat. Achso, ja gut, kann natürlich sein. Aber ja gut, Thomas Kretschmann, muss man ja sagen, ist ja schon eine etablierte Größe. Und er leistet hier auch, um das mal vorwegzunehmen, er leistet hier durchaus einen guten Job. Wertet durchaus auch gewisse Szenen, die von den Dialogen her eher schwierig sind mit seiner Präsenz auf. Was man noch zum Hintergrund sagen kann, dass Bulli Herbig diesen Film schon sehr lange machen wollte, dass er sich dann allerdings wirklich mit Disney einigen musste, um überhaupt die Verfilmungsrechte ergattern zu können. Kennst du da die Geschichte, dass Bulli jahrelang schon Kontakt mit Disney aufnehmen wollte und keiner sich bei ihm gemeldet hat? Oder keiner Rückmeldung gegeben hat und er dann Roland Emmerich angerufen hat und Roland Emmerich die Rechte klar gemacht hat? Doch, stimmt. Ja, 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 doch. Am Ende des Films steht ja auch Special Thanks to Roland Emmerich. Ja, kannst du mal sehen, was der Roland reißen kann in Hollywood. Ja, guter Mann. Ja, musst du auch mal versuchen. Einfach Roland anrufen, dann klappt das schon, ne? Gut, ja, wir haben, also Bulli Herbig kennt man natürlich in erster Linie von Komödien, sei es jetzt als Schauspieler oder als Regisseur und er hat sich hier gesagt, dass er sich mal auf völlig neues Terrain wagt, nämlich auf das eines, ja, Thrillers im weitesten Sinne. Das ist ja durchaus ein, ja, schon ein gewisser Schritt für ihn. Man konnte es auch an, dass er irgendwann mal einen handfesten Genrefilm machen wird, weil seine ganzen Persiflage etc., die hatten ja auch durchaus Genre-Einschläge. Er ist ja, also das, das muss man ja sagen, er ist ja durchaus ein ordentlicher Regisseur. Also er weiß, wie er, wie er mit der Kamera umgehen muss und seine Filme sehen ja auch, und das sieht man jetzt hier auch wieder, sehen ja auch nicht schlecht aus. Also Ballon ist, äh, für eine, für eine deutsche Produktion, der Film sieht wirklich nach Kino aus, wie es immer so schön heißt. Nein. Ja, ne, und, äh, gewisse Bilder füllen auch wirklich, äh, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass der sehr gut die große Leinwand ausgefüllt hat. Ja, allein dieser Ballon, ne? Ja, herrlich. Der bunte Ballon. Das, äh, ja. Haben wir schon tausende von gesehen. Ja. Wobei, wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, äh, warum machen sie das eigentlich nachts, ne? Weil, äh. Warum sie das nachts machen? Weil ich meine, das, das leuchtet ja wie so eine, äh, Ione über tausend Kilometer eigentlich. Ja, pff, gute Frage. Vielleicht, dass sie erstmal ungestört an den Platz kommen, wo sie überhaupt starten wollen. Gut, das ist ein Argument, ja. Und wenn sie dann in der Luft sind, ist eh egal. Ja gut, sie wollten ja so hoch, sie wollten ja, äh, äh, bis in die Wolken, ne? Was dann ja auch ein Problem war. Also, was ich schon mal sagen kann, äh, was für mich ein Problem bei diesem Film ist, dass mir nie so ganz klar wird, warum die Eltern, äh, so dieses Risiko auf sich nehmen, dann auch mit ihren Kindern da irgendwie in den Ballon zu steigen und auf Deutsch gesagt, äh, Tschüssikowski zu machen. Schon vom groben Motiv her, von wegen, wir wollen Freiheit und die DDR ist scheiße und wir machen jetzt, dass wir hier wegkommen. Aber emotional hat das für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Generell ist der Film emotional so ein bisschen schwer. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Äh, da bin ich auf deiner Seite. Ich fand auch, dass der, die, äh, Motivation der Figuren, die es nicht sonderlich tiefgehend, äh, was man, äh, auf den ganzen Film ja auch, äh, übertragen kann, der ja in erster Linie, ähm, oberflächlich funktioniert. Ja, das stimmt leider. Also es ist, also es, es gibt für sich genommen, gibt es durchaus, äh, starke Szenen, die auch sehr gut, also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, dass diese Atmosphäre der Paranoia zeitweise richtig gut rüberkommt in der, in der DDR. Ja, das stimmt. Ähm, der Bulli hat auch gesagt, dass sein großes Vorbild Alfred Hitchcock war. Also, ein bisschen großer Name, aber, ähm, das ist schon so ein Hitchcock angelehntes, äh, Paranoia-Verfolgungs-, äh, Suspenskino. Das kann man schon sagen, das ist ein reinrassiger Thriller. Ja, obwohl er so wirklich versucht, einen dann irgendwie immer daran zu erinnern, dass er ein Thriller ist, ne? Also das wirkt so ein bisschen... Das ist das Problem. Ja. Also es ist ein Thriller, aber es ist kein guter Thriller. Ja, das, das ist doch mal ein Fazit. Ja. Ich glaube, das ist sogar lupenrein aus deiner Kritik, kann das sein? Ja. Meine Kritik übrigens auf Movie Break zu lesen, die ist sehr gut. Hashtag... Aus der werde ich hier nur noch zitieren jetzt. Hashtag keine Werbung hier, so. Ähm, genau. Ja, also das, das ist durchaus ein Problem bei dem Film, weil der Spannungsaufbau ist doch recht konventionell und hinzu kommt, dass viele Szenen, es, es ist halt schon wahnsinnig pathetisch. Also ich kann mich an die Szene erinnern, wo sie, ähm, das erste Mal abheben mit, äh, dem, dem ersten Modell. Dann gibt's irgendwie ziemlich lauten Score, als da irgendwie sie, sie im Begriff sind abzustürzen und es ist wirklich so laut. Also die Musik ist so laut und dominant, dass du die Dialoge gar nicht verstehen kannst teilweise. Also ich, ich musste auch so richtig an diese Vorwürfe, äh, denken, die es damals gegen Christopher Nolan bei Interstellar gab. Ja, Bulli versucht hier halt auf Biegen und Brechen, ähm, Hollywood-Kino zu machen oder, oder Event-Kino. Ähm, und ich glaube, das ist auch das große Problem. Also es ist nicht das Problem, dass er dieses DDR-Szenario nutzt, um daraus einen Genre-Film zu machen. Das ist ja vollkommen legitim, bietet sich ja auch an. Allein bei dieser Ballonflucht, das ist ja ein Spannungsszenario pur. Das kann man als Genre-Film inszenieren. Das Problem ist einfach, dass er das so grob schlechtig macht. Und dadurch wirklich jeden Zwischenton eigentlich im Keim erstickt zwischen seinen großen Gesten und dem, ähm, opulenten Score und, ähm, und der ganzen Theatralik, die die Schauspieler da auch, äh, aufbringen müssen. Ähm, vielleicht zwei, drei Nummern kleiner das nächste Mal. Ich weiß nicht, ich hatte damals die Trailer gesehen und halt gehört, dass er den macht und dachte ich mir so, ja gut, klingt jetzt gar nicht so schlecht. Ist natürlich ein weiteres DDR-Drama irgendwie, ne, aber über Landflucht sieht man jetzt auch nicht so viel. Ja. Und es ist ja durchaus eine erzählenswerte Geschichte, aber irgendwie hatte ich, vor allem in der ersten Hälfte, in der zweiten ging's dann später, in der ersten Hälfte hatte ich so Probleme, die Figur zu greifen. Die, äh, werden auch irgendwie alle so, so holterdiepolter eingeführt, hatte ich den Eindruck. Das, das, äh, das stimmt. Äh, das ging alles ein bisschen schnell. Aber das ist wahrscheinlich dieses, das Konzept, was Bulli da verfolgt. Er möchte schnell zum Punkt kommen und er möchte einen gewissen Punkt erreichen und dann möchte er nur noch mit, äh, mit dem, äh, dicken Pinsel zeichnen, glaube ich. Ich muss auch zugeben, dass, ähm, vielleicht kam der Gedanke auch durch Thomas Kretschmann, aber ich fühlte mich auch sehr oft, also weil, weil Kretschmann auch da drin war, ich fühlte mich sehr oft an, ähm, Operation Walküre von, äh, Brian Singer, den Namen darf man ja heute nicht mehr laut sagen. Ich, ich fühlte mich sehr an den erinnert, weil Brian Singer hatte damals eine ähnliche Agenda. Also er wollte in erster Linie mit Operation Walküre, wollte er in erster Linie einen Spannungsfilm inszenieren. Mhm. Und an dem war für mich, äh, das Kunststück, also über den Film selber kann man natürlich in Teilen streiten, aber für mich war an dem das Kunststück, dass der Hölle spannend war, obwohl man wusste, wie es ausging. Ja, äh, Brian Singer ist aber auch, ähm, nochmal ein deutlich besserer Regisseur als, äh, Bully. Ja, heute, heute darfst du das nicht mehr? Äh, äh, Brian Singer, Brian Singer ist top, top, super Regisseur. Gegen Brian Singer kann man nichts sagen als Regisseur. Äh, äh, alles andere kann von mir aus, aber regietechnisch unfassbar guter Mann. Ja gut, man muss natürlich jetzt Bully jetzt auch nicht ihm gegenüberstellen, also die, die Intention, ne? Nein, und, und Bully ist auch ein sehr guter Regisseur, was man auch wieder an Ballon merkt. Ja, doch schon. Es, es gibt einige Szenen, wo er den Schauspielern dann auch mal wirklich Raum lässt. Also die Besetzung ist ja nicht das Problem. Nein. Das Problem ist eher die Inszenierung und teilweise auch das Drehbuch. Ja. Wobei da auch ganz nette Zwischentöne waren bei Thomas Kretschmann, der kam mir eher vor wie so ein, ja, inoffizieller Systemskeptiker. Definitiv. Ne, und auch vielleicht dann so einer von der Warte, der sich so das System so ein bisschen dienstbar macht für, für seine eigenen Zwecke oder Absichten. Ja. Das fand ich durchaus spannend, aber da wurde dann leider auch wieder nichts draus gemacht, weil am Ende ist er halt einfach der, naja, ja. Ja, man hätte mehr daraus machen können. Wirkt wie jemand, der einfach seinen Job macht. Ja. Aber nicht dahinter steht eigentlich. Und es ist auch okay, wenn er mal seinen Job nicht erfolgreich erfüllt. Ja, obwohl das dann am Ende, glaube ich, schon eine ziemliche Sanktion für ihn gegeben haben dürfte, ne? Ja, aber ich glaube, naja. Das wird ja angedeutet. Also er kommt auf jeden Fall besser rüber als dieser, ich glaube, ins Drehbuch geschriebene Stasi-Spitzel-Nachbar. Der wirklich so ein bisschen so eine, das war so eine Karikatur zwischen dem Nachbarn aus diesem Peter-Jackson-Film In meinem Himmel und gleichzeitig Nachbarn Paschulke aus Löwenzahn, so ein bisschen für mich. Ja, das passt. Also ich konnte ihn nicht ernst nehmen, wirklich. Und dann dieser, dieser aufgedrückte Subplot auch mit der Tochter, das lenkte irgendwie viel zu sehr ab und es fühlte sich auch wieder so an. Also zwischendurch musste ich auch mal wirklich dran denken, was wäre, wenn man das Ganze so als ARD-Zweiteile umgesetzt hätte. Uh, ja. Ne, also. Ja, da fehlt, ja, zu viele Handlungsstränge und zu wenig Verdichtung einfach, ne? Das ist, äh, ja, das ist einfach ein Problem. Das ist ja auch ein Problem, was das heutige Blockbuster-Kino grundsätzlich hat. Und Ballon ist ja ein deutscher Blockbuster, ne? Da kann man nichts anderes sagen. Das ist ein, äh, ein Eventfilm für die Massen. Genau dafür hat, äh, Bulli den gemacht. Ja, das ist ja auch soweit okay. Also ich meine, äh, gewisse Sachen, Spannungsdramaturgie etc., das ist ja auch irgendwie dann dem Genre geschuldet, sag ich mal. Ja, aber, aber warum nicht 90 Minuten? Ja! Warum nicht 90 Minuten, warum nicht alles, äh, außenrum wegstreichen, was, äh, mit der Familie, außerhalb der Familie zu tun hat, warum nicht nur die Familie, Thomas Kretschmann und Punkt. Ja, da hat man sich drauf konzentrieren sollen. Aber das Problem ist, dass er das erzählerisch dann auch nicht so wirklich, also ich hab mich zum Beispiel gefragt, so, so der Ausgangspunkt der Ermittlung war ja eigentlich, also, äh, Thomas Kretschmann findet dann ja den Ballon vom ersten Versuch. Genau. Der durch einen Jäger oder was aufgespürt wird, das ist auch tatsächlich, das entspricht den Tatsachen, soweit ich weiß. Und dann hat ja die Mutter Sorge, dass sie irgendwie ihre Dings, äh, da vergessen hat vor Ort, ihre Schilddrüsen-Tablin. Ja. Äh, 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 Vorbereitung mit Modell Nummer zwei gezeigt. Mhm. Was, äh, eine durchaus schöne Montage ist dann, wie, wie, äh, Dings da zum Beispiel an der Nähmaschine sitzt, hier, äh, David Kross mit, äh, wunderbarem 70er-Jahre-Pornoschnäuzer. Ja. Äh, ich hab ihn damals echt nicht erkannt, weil den kennst du ja eher so als, weiß ich nicht, als, als Bubi jetzt hier irgendwie aus, äh, Trautmann zuletzt oder, äh, Vorleser, ne? Mhm. Und ich muss auch zugeben, ich fand diesen Ballon auch ehrlich gesagt unfreiwillig komisch, weil... Gab es anscheinend, ja. Ja, ja, da werden ja auch am Ende dann, äh, obligatorisch Fotos eingeblendet und so in einem Abspann, aber ich weiß nicht, der sah, also für mich sah der aus wie so ein kleiner Boxring und auch nicht sonderlich sicher. Ich meine, gut, die haben dann natürlich dann irgendwas zusammengekloppt und der Vater ist Tüftler, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht überzeugt. Das wirkte unfreiwillig komisch. Ja, also es gab dann schon irgendwie ganz nette Szenen, wie sie da, äh, aufsteigen, also das ist auch durchaus gut gemacht, äh, sind auch spannende Stellen. Aber ich weiß nicht, irgendwie wollte für mich der Funke an vielen Stellen nicht überspringen, vor allem was die Figuren angeht. Ja, da ist es zu wenig und der Rest ist too much. Ja, es ist halt mehr auf die Inszenierung. Aber er, er schafft es aber, dieses DDR-Kolorit, also diese DDR-Stimmung einfach, äh, oder dieses, dieses DDR, ähm, Feeling stimmungsvoll zu inszenieren, das schafft er schon, weil er nicht so sehr darauf bedacht ist, wie andere, äh, Vertreter des deutschen Films, die sich irgendwie, äh, mit der DDR beschäftigen, das so in Grau, in Grau darzustellen, sondern schon bunte Farben benutzt, was ja mal ganz angenehm ist. Ja, der ist auch tatsächlich, optisch kann der sich wirklich sehen lassen, ne, also, da wird auch, äh, da merkst du auch wirklich mal, dass auch mal mit sowas wie Colorgrading gearbeitet wird im deutschen Film. Ja. Ja, doch, also, das, das hat mir tatsächlich auch gefallen, aber für mich hat Bulli tatsächlich den emotionalen Kern des Ganzen verfehlt und ich finde auch, dass er in diesem selbst auferlegten Mission, jetzt mal irgendwie zu zeigen, hey, ich kann auch anders, ich kann nicht nur lustig, dass er so ein bisschen, also, ich weiß nicht, so ein bisschen Ironie hat mir irgendwie gefehlt, so an manchen Stellen irgendwie auch vielleicht mal so ein bisschen bitterer, galliger Humor oder so, irgendein ironischer Spruch, ganz am Ende gibt's den ja, wo sie dann, oh, Überraschung ist tatsächlich rübergeschafft haben nach Franken, aber sonst, ich weiß nicht, ist er ja für mich übers Ziel hinausgeschossen bei diesem Film. Ja. Ja, so ein bisschen, ja. Und das liegt auch an diesem Thriller-Corsett. Ja, ja, als würde er jemandem erklären wollen, wie ein Thriller funktioniert. Ja, so, aber so, so, auch richtig so das Einmaleins durchdeklinieren, ne, also, was, was ich richtig schlimm fand, war, äh, eine Szene, wo er einen irgendwie richtig natzen will mit, äh, dass, dass jetzt die Stasi anklopft. Ja, und dann an einer anderen Tür sind, ne. Ja, nee, nee, das mochte ich sogar. Aber das war genauso billig. Ja, es war so ein bisschen, ich möchte gern schweigen, der Lämmer hatte ich den Eindruck, ne. Ja, das ist, also, wenn du, wenn du ein paar Thriller gesehen hast, dann weißt du, okay, die stehen gerade nicht vor deren Tür. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht schön, dass du überhaupt sowas hast, dass du vielleicht überhaupt so gewisse Steam-Mittel drin hast. Ja, okay. Ja, aber. Also, ich meine, gut, es ist jetzt keine Handschrift oder so, ne, aber. Passt zum Film auf jeden Fall. Obwohl ich, obwohl ich jetzt eigentlich auch eher auf die Szene da hinaus wollte, wo, wo es diese komische Traumsequenz gibt. Okay. Wo, 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 wo da immer die Stasi anklopft und ihn dann irgendwie zu Boden schmeißt und, ah, und dann rennen sie irgendwie alle weg und, ah, es war alles nur ein Traum oder so. Das ist natürlich noch ein bisschen billiger. Das, das hat auch gar nicht in diesen Film gepasst irgendwie, also. Ja. Das wirkt da auch unfreiwillig komisch, vor allem von, von diesen Zeitlupen her und so, also, ah, ja, gut. Naja. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Mhm. Willst du anfangen? Ich lasse dir den Vortritt. Du musst im Prinzip eigentlich nur deine Kritik rekapitulieren. Ich lese mal meine Kritik einfach vor. Ja. Ähm, ja, also, ganz kurz mein Fazit, ähm, Ballon ist kein guter Film. Aber Bulli ist, äh, kein schlechter Regisseur, äh, das merkt man da auch, äh, er ist nicht auf ganzer Linie gescheitert, aber ich glaube, er hat dann doch ein bisschen zu sehr versucht, äh, den Blockbuster schlicht hinzumachen. Also, auf Kosten oder zum Leidwesen der Figurenzeichnung, ähm, wird der Film dadurch echt, äh, ziemlich, ähm, reißerisch und, äh, überspannt und, ähm, das ist dann nicht ganz so angenehm zu gucken. Für mich jedenfalls, der, äh, öfter mal Filme sieht und sowas schon, ähm, tausendmal gesehen hat. Ja. Okay. Äh, ja, mein Fazit. Es ist ein wahnsinnig zwiespältiger Film, finde ich. Der hat durchaus gewisse Stärken, was vor allem so die Wertigkeit angeht. Also, man kann es nur noch mal sagen, es sieht für einen deutschen Film wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Aber, es, es hängt an der Dramaturgie und am Drehbuch. Und wenn ich dann jetzt auch mal so den Blick schweifen lasse, am Drehbuch haben mit Bulli zusammen drei Leute gewerkelt. Das merkt man irgendwie auch so ein bisschen, weil ein Stück weit hat der manchmal fast schon ein bisschen so eine, ich will nicht sagen, Splitterdramaturgie, aber der, der springt manchmal auch ganz schön. Also, gewisse Zusammenhänge hier als, 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 als Beispiel halt mit den Medikamenten, dass das halt zum Beispiel nie wieder auftaucht. Das ist, das wirkt so halb zu Ende gedacht. Ansonsten, ich kann dem Film jetzt auch nicht wahnsinnig böse sein. Ich finde es gut, dass er überhaupt mal, also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass im deutschen Blockbuster so eine Thematik angegangen wird. Das muss man dann irgendwie schon honorieren, finde ich. Es bleibt aber halt wenig auch im Gedächtnis. Und ich muss sagen, ich fand ihn auch echt zu lang nach hinten raus. Ich meine, es ist natürlich immer das Problem bei wahren Begebenheiten, weil man halt irgendwie alle Ereignisse rekapitulieren und abhandeln muss. Aber ich fand den einfach zu lang. Ja, es ist ein wahnsinnig zwiespältiger Film, kann ich nicht anders sagen. Also deshalb würde ich wahrscheinlich auch so eine, keine Ahnung, wie viele Ballons vergibst du? Von 10 oder von 5? Von 5. 2,5. Ja, dann würde ich mich vielleicht, ja, ich gebe 3. Mensch. Ja, doch, ich fand manche Szenen durchaus packend inszeniert, muss ich zugeben. Vor allem da, also auch wenn es irgendwie sehr merkwürdig war mit dieser amerikanischen Botschaft, aber das war durchaus nicht schlecht gemacht. Auch wenn die irgendwie nicht so einer gewissen inneren Logik folgten, aber ja gut, das kann ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen mit Spannungsdramaturgie entschuldigen. Aber ja, also die drei Sterne wackeln auch ordentlich, so ist es nicht so. Sind eher 2,75. Der Scheiß ist, ich habe ihn bei Movie Break, äh, Movie Break, ja, natürlich muss ich noch machen. Äh, ich habe ihm bei Movie Pilot 5,5 gegeben und, äh, da kann ich mich jetzt halt nicht drauf ausruhen hier an der Stelle. Okay. Aber gut, ähm, also abraten würde ich von dem Film jetzt nicht. Man kann sich ihn gerne ansehen. Ansonsten wird er wahrscheinlich irgendwie auch relativ schnell im Fernsehen landen, denke ich mal. Also ich, ich fände es durchaus interessant, wenn, äh, Bulli Herbig nochmal irgendwie einen, äh, reinrassigen Genre-Film macht. Gerne. Er hatte ja auch mal, vor Jahren hat er ja irgendwie auch mal davon gesprochen, dass man irgendwie einen Krimi machen will. Jetzt ist er letzten Endes da schon irgendwie ein bisschen in der Ecke gelandet. Ich würde mir wünschen trotzdem, dass er, äh, jetzt auch nicht völlig seine Wurzeln verleugnet, sage ich mal. Och, er kann mal, äh, als nächstes noch einen Thriller machen oder einen Krimi, aber halt nicht, äh, auf wahren Tatsachen beruhen vielleicht. Vielleicht eine Sebastian-Fitz-Zegg-Verfilmung. Oh ja, unbedingt abgeschnitten zwei. Aber nur mit Lars Eidegger. Definitiv. Sonst läuft gar nichts. Okay, dann, äh, würde ich sagen, machen wir den Deckel zu. Pascal, schön, dass du hier warst. Gerne. War mir wie immer eine Freude und, ja, du bist zu finden auf Movie Break, habe ich mir sagen lassen. Auf Movie Break, richtig. Wir können auch gerne, muss ich dann den Anni mal irgendwie anfunken, dass wir deine, äh, Kritik dann auch vielleicht unter diesem YouTube-Video, Schrägstrich, äh, Podcast, was auch immer verlinken. Mhm, okay. Ja, ich bin weiterhin beim Tele-Stammtisch zu finden. Der Pascal ist sicherlich nochmal das eine oder andere Mal hier. Macht's gut. Ciao, ciao. Applaus 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 Applaus